Hier kannst du noch ein Auto kontrollieren. Gehen wir mal ein Heft. Gut, ich schau jetzt. Jetzt ist es noch auf der falschen Seite. Also, was macht jetzt das hier? Oh, Achtung, ich bin hier am Kabel. Ich glaube, ich komme zur Seite, aber es ist ja gleich. Ist das gut? Kann ich noch mal. In der Heft? Ja. 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 Oh, was ist das hier? Hoi. Achtung! 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 Achtung!